Heute bei uns zu Gast Tanja Schottmüller, Fachleiterin E-Learning und Kommunikation. Tanja, schön, dass du da bist. Hallo Erik. Tanja, welchen Stellenwert hat die Akademie für die Vertriebspartner der Württembergischen und welchen besonderen Mehrwert bietet die Akademie? Ja, also die Akademie hat sich gerade in den letzten Jahren enorm entwickelt und in der Zusammenarbeit und in der Kommunikation mit unseren Vertriebspartnern stellt sie eine feste Säule dar. Wir arbeiten im Bankenvertrieb zusammen und im Maklervertrieb und dabei ist uns eine kompetenzübergreifende Entwicklung unserer Teilnehmer sehr, sehr wichtig. Dadurch, dass wir bei den Banken und bei den Maklern unterwegs sind, sind die Anforderungen natürlich sehr vielfältig und dem kommen wir nach mit einem sehr breit gefächerten Angebot, sei es digital oder auch in Präsenz. Wir sind zertifizierter Bildungsdienstleister der Initiative GDV gut beraten. Deshalb ist es für uns natürlich auch eine Selbstverständlichkeit, dass wir unsere Teilnehmer hier bei der nach der IDD geforderten Erreichung der Ziele unterstützen. Ja, und viel wichtiger als die Regulatorik ist es uns allerdings, unsere Teilnehmer ganzheitlich in der Erreichung ihrer neuen Kompetenzen zu unterstützen. Wie macht ihr das ganz konkret? Ja, ein Erfolgsgarant dafür sind unsere Trainer. Die sind jahrelang im Vertrieb tätig gewesen oder sind auch heute noch im Vertrieb tätig und deshalb kennen sie die Praxis und wissen also, von was sie sprechen, können die Teilnehmer ganz optimal begleiten. Und zum anderen sind es die Vertriebskonzepte. Auch hier denken wir ganzheitlich und nicht nur vom Produkt aus, sondern auch in der Weiterentwicklung. Wie setze ich denn die Themen in den Gesprächen ein? Wie setze ich das in der Beratung ein? Gerade im Bereich der Generationenberatung haben wir dann wirklich vielfältiges Angebot. Und man kann sagen, wir verstehen uns als Mehrwertstifter und als Impulsgeber im Vertrieb. Das ist zum einen das Rollenverständnis aus der Akademie und zum anderen können das auch alle erleben, die bei unseren Trainings teilnehmen. Das klingt nach richtigem Mehrwert für unsere Vertriebspartner. Absolut. Wie unterstützt die Akademie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Bankenkooperationspartner ganz konkret? Ja, ganz kurz gesagt von der reinen Fachinformation bis hin zur individuellen Teamentwicklung. Lass mich so sagen, die Anforderungen an die Berater, die steigen ja aktuell schon enorm. Und das Einzige, mit dem man dem nachkommen kann, ist eben, dass man auch sich weiterbildet und die Kompetenzen weiterentwickelt. Und deshalb steigen auch die Anforderungen an ein Trainingsprogramm. Und dem kommen wir eben nach mit einem sehr breit gefächerten Angebot, sei es in Präsenz oder digital. Wir haben beispielsweise die Online-Präsentationen. Das sind so ganz kurze Impulse, knackige Impulse, die man im Vertriebsalltag einsetzen kann. Da haben wir hauptsächlich Fachinformationen, aber auch Vertriebskonzepte. Und das Nächste sind die Online-Trainings und die Lernstrecken und Kurse in unserer digitalen Lernwelt. Da geht es richtig ums Trainieren, ums Üben und ums Einsetzen. Also wenn man beispielsweise die Generationenberatung auffrischen möchte oder wenn man lernen möchte, wie man das Tool Rente.de tatsächlich in der Beratung einsetzt, dann ist man hier richtig. Vielen Dank, Tanja. Spannendes Angebot der Akademie. Da ist sicherlich für jeden etwas dabei. Absolut. Ich bedanke mich bei dir, Erik. Danke dir.